Ich heiße Goran Petrovic, bin 39 Jahre alt, komme gebürtig aus Bosnien und Herzegowina. Das ist eine ehemalige Republik in Jugoslawien gewesen. Zur Musik bin ich als kleines Kind gekommen. Sechs, sieben Jahre lang habe ich dann zum Klavier gespielt und irgendwann bin ich dann auch in so einer Band gelandet. Es ist einfach ein Bestandteil meines Lebens. Ich denke, jeder trägt diese Musik auch in Sicherheit. Basketball ist einfach ein Spiel und so sollte man das auch betrachten. Für mich war klar, das ist das Spiel, das ich spielen möchte. Für irgendeinen bestimmten Erfolg braucht man auch ein bisschen Glück. Ich muss wirklich sagen, ich bin den Leuten vom Verein auch wirklich dankbar, dass die mich damals geholt haben und dass ich mir einfach auch ein Leben hier aufgebaut habe.